Ich fühl mich wie Tag über Tag, am liebsten würde ich hier drin schwimmen, in dem ganzen Geld, darf ich halt nur leider nicht. Also ich persönlich habe mir ja gedacht, dass es eigentlich viel, viel weniger ausschauen wird, aber es ist doch, wie man sieht, recht viel und mir würde auch eins schon reichen. Das Vollgewicht ist, stellen wir damit. Also wenn ich das Geld hätte, würde ich das einmal so verprassen, mit Schotten, Reisen. Viel Essen, viel Essen. Ich würde wahrscheinlich jeden Tag mit mir essen gehen. Jeden Tag ein anderes Restaurant. Also ich muss jetzt leider wieder gehen, ich habe vorher schon gefragt, ich darf mir leider nicht mal eins mitnehmen.